Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist cool. Das ist cool. Okay, 110 Spezisierung. Egal, schauen wir mal. Mal gucken. Mal gucken, ja... Done. muss ich gleich mal legen gut, jetzt sind wir die Kübra nicht so an, ich hinkommen ja X, richtig nur auf G gehabt okay ach ja, vielleicht hat man noch hat ein komischer Kram ja, ist aber einiges los woops hmm ja, ist klar, ist das ja son okay Okay. Oh, da habe ich die Soundeffekte mal ausgehabt. Schon mal ein anderes jetzt. Oh, man. Geyla. So. You're now cute for scenarios. So, ja, einen Demon Hunter schon gemacht. Ah, ne, Quatsch mit dem Mage. Jetzt auch. Okay. Geil, jetzt können wir wieder alle benutzen. Geil, jetzt stehe. Was ist das? Oh, es sieht aus wie ein Problem. Ein Problem! Was ist das Problem? Ach, da ist der Feldkommando, ja genau das Skane. Oh, Alter, das ist so geil, das ist das letzte Mal mir schon passiert, das ist so peinlich. Oh, Alter, das ist so geil. Irgendwie macht der nicht viel Schaden, muss man auch ehrlich sagen. Oh, Alter, das ist so geil, das ist so geil. I don't have a target. Keep it up, we almost got him. Yep. Your corpses will feed my hounds. Oh, Mama. You're gonna die just like all the others. Focus on the commander. The souls with no endless agony. The souls with no endless agony. The souls with no endless agony. You will open. The fire rains from the sky. Look out. The monster, you win my flesh again and again. Ich bin ein, du kannst nicht gewinnen, wir sind enden, wir sind legion. Macht mal hin, wir alle wissen, wo das ist. Der wird gleich wieder zurück teleportiert, weil ich das jetzt schon zu früh gemacht habe. So geil, mal sehen, ob es wieder passiert. Ne, nur sind sie schon weit genug. Wie der redet, ey, ja man. Was können wir denn? Schön. Kein Demo. Ja, ey, da war ich eben schon die ganze Zeit, ey, ist so lächerlich. Okay. Okay. yep. Sie sehen, dass Sie eine Hand benutzen können. Ihre Reinforzungen sind endless. Die Crystals wieder. Wenn wir sie nahe, können wir das Ding herunternehmen. Du hast ihn gehört, Ranger. Wir haben die Demons heruntergeteilt. Wir haben eine Heilung auf meine Marken. Nein! Die Crystals! Vielleicht soll ich meinen Warrior mal wieder spielen. Das ist ja lange nicht so geil mit dem Retreat. Immer auf die scheiß Wollipower-Krams. Ich glaube nicht, dass wir die letzte ihrer Überraschungen gesehen haben. Diese Strukturen rufen aus dem Boden. In Momenten. Sie spüren Dämonen in den Hunderten. In dem Blick eines Augen. Und jetzt wissen wir, wie sie zuerst. Es sind sie oder wir. Wir gehen, damit wir sicher, dass es nicht wir sind. Oh, ganz geil. Das ist Argen-Krusade-Insignia. Ich brauche dich zu sprechen. Wo ist die resten der Krusaden? Sie sind auf uns in Sekunden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung von Tyrion. Wir werden ihn finden. Horde forces. Bleib deine Augen offen für die Überraschungen. Resuliere so viele, wie du kannst. Geilter Bladstorm. Der Mann ist am Start. Auf jeden Fall. Welchen sind wir? Wo file-Därung. Wir werden ihn nicht erinnern oder? Der Mann, der Mann. Okay, Leute. Wir werden ihn nicht erinnern. Oh, gleich mehrere da, sehr schön. Sieht schön übersäckig, ja. 30% zumindest schon. Oh mein Gott, das ist ein Schweizer. Hmm. Hmm. Oh, fuck. Oh, ich liebe die hier jetzt ja. Ich glaube besser als in jeder fucking Instanz. Oh, fuck. Oh. Es gut zu sehen, Friendius. Oh. We must find Tyrion. Gut. Leonhance benutzen ist auch echt krass. Oh, was ist das hier von... Mother Sepestra. Ja, das ist ganz geil. Felllord, das sind voll viele krasse. They've been retreated. They've been retreated. Ja, ja. Schön, dass der noch so super einmacht. Mal wahren. Okay, reite ich auch. Meine Güte. Hier ist einiges los. Oh, das sind alles auch noch. Als Caster hast du vielleicht eine Chance. Aber ich kann da nicht hin. Hm. Ja, gefunden haben wir ihn alle. Ja. Tyrion. Gul'dan. Du wirst das bezahlen. Bleib zurück. Es ist ein Schrapp. Das Licht wird mich beschützen. Ja, Mann. Hehehehe. Hehehehe. You fool. You stand before the temple of a god. Your pitiful light cannot reach you here. How fortunate that your friends have arrived. Just in time to watch you die. Oh. Großes. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Scheinbar doch nicht. Ja. Nicht so gut. Mal wieder. Ja. Ja. Oh. Killcrowers. Mal sehen wie das wird, weil ich ja kein Caster bin. tollen neuen effekte sorgen dafür dass man nicht sehen kann auch nicht so geil also sowas nicht wenn man so wie ich ja slam ich müsste draußen stehen wir gott im this time all forces concentrate your fire Ah, zickle ich doch mal. Falschbein. 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 Wieso ich denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja völlig blödsinnig. Ich kann nicht attacken. Je größer sie sind. Kein Zeit, Ren. Wir müssen uns zu stoppen Gul'dan bevor er eine andere von diesen Dingen schlussetze. Benshi Queen, Whiston, we're done Oh, Sargeras, Alter, nicht wirklich Wir werden nicht wirklich gegen Sargeras kämpfen, irgendwann Alter Das gehört da, ne? Oder kommen wir ja so nicht runter Klar, machen wir Alter, der Krieger ist ganz gut am Start hier Geil ausgerüstet Wir werden nicht auf dich, Gul'dan Wir werden nicht auf dich, Gul'dan Wir werden die Verbindungen von Azeroth werden heute triumphiert werden Lass Charingren, ihn schon zu töten! Oh, ich habe gesehen Ende von deinem wunderschönen Welt, Wren Du wunderschst in Belfire Wie 10,000 Weltkrieg bevor dein eigenes Leben Der Krieger ist endlos Ich kann nicht mehr Take much more of this Hold Bain back from my position Close ranks Warum? Nicht so die beste Idee, wo es Highground ist, naja, whatever. Wieso kriege ich eigentlich so wenige Experience Points? Ist mir komisch. Ah, weiter. Wo war's denn? Oh. Wunderbar. Interesting. Da fehlt auch ein bisschen was, wa? Aber auch irgendwie anders, als ich beim Demon Hunter war, da gab es diese ganze Demon-Zeit-Geschichte. Was ich ganz geil fand. Hier nicht. Ja, klar. Hab ich alles noch nicht gesehen. Ja. 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 Ach, das ist das, was man als Demon Hunter ja automatisch kann, dieser Blick, um die Monden zu sehen. Ja, das ist das, was man, das ist das, was man. Das ist das, was man, das ist das, was man, das ist das, was man. Das ist das, was man, das ist das, was man, das ist das, was man. Es ist noch ein Bett, oder was soll ich jetzt sagen? Ich habe vergessen, dass man fliegen kann. Alles, wie immer. Alles, wie wenig XP ich jetzt gemacht habe. Es ist gar nicht so viel, keine Ahnung, wo wir uns liegt. So da drin war das, nein. 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 Es ist gar nicht so viel, wo du gehen kannst. Das ist gar nicht so viel, wo wir uns nicht mehr machen können. Das ist gar nicht so viel, wo wir uns nicht mehr machen können. Ja, das letzte Mal schon. Hier kann man nicht fliegen heute. Gut. Gut. Ich weiß es nicht. Gut. 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 das ist super weit weg Ja, ich mache jetzt mal die Option-Ordinger. Doch, hier, wo war das Potenzial? Auf der anderen Seite? Hä? Nicht früher anders? Das war's klar. Warm-Rest. Bin ich ja wohl ganz anders. Okay, alles klar. Müsst ihr noch andere Potenzial? Okay, alles klar. Jetzt wird's nicht. Oh Gott, hier war ich seit Level 16 nicht mehr. Wo lange her? Wohl, warte, warte. Nee. Airdrack Valley. Level 26. Aber ist klar, es muss, wenn ich Ashpringer... Wenn ich Ashpringer haben will, muss ich natürlich hierher. Es ist klar. Natürlich werde ich dann auf meinem Main den Holy Weapon nehmen. Weil ich ja sonst nur Holi, also nur Heiler-Spieler. So, nicht schlecht. So, nicht mehr. Ok. Aber ich glaube, hier gab es ganz gut viel PvP-Action-Fragen. Mit Level 50, oder? Das wird ja auch später, wenn es live ist, furchtbar. Wie wenig es hier gibt einfach. Das wird ja auch später. Das wird ja auch später. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I'm out of range Oh, zu blöd Yay Oh, noch einer Das besser Oh, noch einer Oh, noch einer Oh, noch einer Achso, das ist sogar ein spezieller Ich hab echt nicht 4, die 4 XP gekriegt Und ich bin noch rested Das weiß ich Das weiß ich Hmm Oh, noch einer Körnchen sich um uns herum. Wir geben uns diese Einung, damit der Aschbringer noch nicht zu retten können. Maxwell, mein Freund. Es ist sehr lange. Uther, es ist wirklich du? Du bist beide Arbeit der Licht. Aber wenn du den Aschbringer wiederholstst, musst du schnell gehen. Do you know where it is, Uther? We risk everything if we return to that place. I can feel the Ashbringer calling out from an island that lies close to the tomb of the evil one. And the blade is not alone. Tyrion still lives, but his light is fading. You must move swiftly, or he will perish. That is all I can tell you. Good luck, friends. Walk always in the light. Uther, wait. I have more to ask you. Uther! Naja, is that not for you? But then... At your service. Azeroth will not fall while we stand. Light hopes, Chapel. Tyrion is still alive. We will save him. So weit, ey. Let's do the last part that I did not do. Look, it's not too long. It's 4. 130 von... 6,56, äh, 57. And I'm in Wrestle Experience. I hold myself a long time. And I know the area. Früher... ...gab's here, yeah, durchaus... ...next from us, too. I'm always over the lights, hope, come. Oh, it's really so weit. Wie krass. Wir sind voll, viele... Right, ja. Na gut, auf dem Main ist das kein Problem. Da kann ich schnell hinfliegen. Das geht auch schneller. Wird sich. Ich dachte, die werden hier höher. Sticks forever. Oh, hier ist es... Aber da haben sie es nicht verbessert, ne? Also die grafische ist immer noch so scheiße wie vorhin. Alles andere haben sich verbessert. Das hier haben sie nicht verbessert. Das sieht einfach scheiße aus. Immer noch. Und es ist halt nicht so, ey, jetzt sind wir noch nicht fertig, weil es Beta ist einfach schon seit 10 Jahren. Genau so. Wenn es jetzt nicht live, würde ich schneiden. Here we go. Schön. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich hier war, war, als ich meinen Todesritter gelevelt habe. Aber war auch in der Beta. Ich habe es nie wirklich live gespielt. Warum, boy? Ja, ja, ja. Habla, habla, habla. Ich habe es nicht gewonnen. Ich habe es nicht gewonnen. Ich habe es nicht gewonnen. Die Dämonen vor uns sind alle, die zwischen uns und dem Ashbringer stehen. Die sind noch gebufft. Boah, das ist wieder so super anstrengend hier. Das war ja einfach. Das müssen wir wollen. Die Dämonen, die Dämonen, die Dämonen, die Dämonen. Ja, dann kommt. Okay, ich muss das alleine machen. Sehr schön. Ich liebe es. No, ich bin der Kion. Sorry. Okay. Vielleicht soll ich mich da so ein bisschen... Mal sehen, ob ich das hin kann, ja. Du wirst gar nichts brechen hier, ganz ehrlich. Ich werde dich brechen. Nope, he won't. Okay. Okay. Warte, fuck, was? Oh, jo, mein... Na klar. Leider gibt es hier zu viele Targets. Okay. 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 , dr Eagles. Okay. 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 I know that I will remove the soul from your flesh and make your body my own. I will turn you into a weapon of the Legion. I will use your hollow shell to corrupt and destroy everything you have ever loved, piece by piece. Now kneel. Kneel before your new master. Give me the strength to shatter these bonds. You cannot fight my will. You are mine. This will be a fire test. Know that I am Balazar. Know that you are but a pawn. You are here because I will it. You live because I will it. And you will serve because I will it. I have rage. Not bad. Not bad. I can't say anything. To do this, have a good idea. Maybe you got next to the magic deck. I got to know that the magic deck. Maybe it's a good idea. Maybe I probably can't take it. You got a good idea. You got a good idea. Oh, you got to know that shit. A good idea. Have a good idea. This is okay. Wo ist er denn da? Ich bin hier ein Target. Spacko, warum läufst du weg, jung? Ehrlich? Oh, jetzt bist du weg, so am Arsch. Never again will that damned blade slay my brethren. This is done. Our journey together has just begun. You must come quickly. Tyrion called for you by name. I fear he does not have long for this world. Hurry. Okay, bring her. Sehr nice. Junge, ich bin schneller als du, was willst du mir? Hoops, Ende ist auch ein Netter. Hoops, Herr. You must wield the blade. You must stop the legion. You must become the ash bringer. You will be missed, brother. We must go to Light's Hope Chapel at once. High Lord Fordring deserves to be put to rest. We gave everything for the ash bringer. You gave everything. Tyrion would be proud to see you wielding that blade. Und wir zurück. Aber es reicht zwar. Wir waren alle, zwei, zwei. Vom spieler. Wie kann ich sagen. Ich weiß nicht. Wann sie sich nicht sehen. Und wir in deinem Leben. auch ganz anders ist wie früher als cool das ist erst die erspringen ihr da und wie vor mir schon ganz geil wenn er mich an als du ja gekriegt hast das ist Many of you look to him as an ideal, the paragon of what we all strive to be. Let us observe a moment of silence for a great soldier, leader and friend. In the light we are one, brother. Always. Inscribe your name into the Libram of ancient kings. So that we may begin the ceremony. You all know the noble deeds of the champion at my side. This hero has been chosen by the light to succeed Tyrion as high lord. Under our new leader, this order shall become a mighty weapon brought to bear against the legion. We must stand together against the coming darkness. We must cast aside the shackles of race and kingdom. We must unite as one. The blood knights stand by you, high lord. Azeroth will not fall. Speaking high lord of a man. Nice. We pledge ourselves to your cause, high lord. On this day, the order of the silver hand is reborn. Together, Sargerys himself shall shudder at our might. Ashton. We will prevail. May the light place the blade on the altar when you are ready. The light will be our forge. Nice. Ach ja, gut. Okay, alles klar. Crazy. Okay, super. Nice. Nice, shit. Nice, shit. Nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Die sind irgendwie nicht blöd. Beugen sie ja nicht. So oben. Das ist toll. Das war's für heute. 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 Die haben wir doch gerade United als Team in Handler. Und der nicht Handler. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber jetzt nicht mehr. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.